Ich hab gestern schon wieder wie so ein 8-Armiger mir einen reingeorgelt mit Gerhard. Wir waren richtig verklüngelt, Alter. Das war die letzte Nacht noch. Und morgen ein bisschen zerknittert, aber ich gebe euch hier Tipps. Ein Ei, vier Zigaretten, eine Ibuprofen, dazu ein Rosierbrötchen mit Leberwurst und dann kommt hier ins Spiel. Und dann geht es schon. Ich bin jetzt vom Dritten angelangt und alles wieder normal. Faktor wieder drin. Was willst du denn nochmal heute mit der Hauptbier trinken? Ja, ich glaube darauf wird es bei mir auch drauf hinauslaufen. Man, ich glaube darauf wird es bei mir auch drauf hinauslaufen. Ach, ihr mit eurem Gefeier immer. Man muss aber trinken, wenn man keinen Durst hat, Mann. Na, 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 na. Ich denke mal, wenn du Bock hast oder so, kannst du mal rumkommen, dir nochmal einen Korn abholen. Wenn du Bock hast, heute noch. Tut mir leid, dass ich dir vorher nicht Bescheid gesagt habe. Aber wenn du Bock hast, kannst du dir noch einen Korn abholen. Wenn du Bock hast, kann man Korn hier. Also wenn du Bock hast, kannst du mal rumkommen, dir noch einen Korn abholen. Also wenn du Bock hast, kannst du mal rumkommen, dir noch einen Korn abholen. Also wenn du Bock hast, kannst du mal rumkommen, dir noch einen Korn abholen. Also wenn du Bock hast, kannst du mal rumkommen, dir noch einen Korn abholen. Also wenn du Bock hast, kannst du mal rumkommen, dir noch einen Korn abholen. Also wenn du Bock hast, kannst du mal rumkommen, dir noch einen Korn abholen. Vielen Dank.